Wenn ich dich erwische, Junge. Was ist das? Ist das Eichhörnchen wieder? Oh, was sucht das da? Ja, ich hab' ich gesehen. Warum kann ich mich nicht weiter teilen? Das war ein Scherz. Okay. Ist da jemand? Da sitzt jemand. Da hat jemand im Sommer ausgeholfen in dem Park und es war die Hölle. Ja. 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 Wahrscheinlich lauf' ich voll in eine Falle rein. Ich lass mich doch da hin. Auch muss das immer so klein sein. Weißt du, das lass' ich jetzt so. Ich fahr' da eh nicht mit. Das ist schon wert, ich sag' Ja. Ja. Das spare ich mir. Oh, wir fahren wieder runter. Ja. Bitte lass' mich runter. Bitte lass' mich runter. Wer war das? Äh. Da ist niemand. Ich geh' mal wieder. Es ist verflucht hier. Verflucht leise. Und verflucht mörderisch. Äh. Kellen! Kellen? Kellen? Oh, Bastard. Nein, das tut er doch nicht. Ja. Der Mann in dem Chipmack-Kostüm war's. Oh Gott im Himmel. Ich glaub' vor dir hab' ich mehr Angst als vor allem anderen. Du bist neu. Der Hipster heutzutage. So sieht er aus als Zombie. Was? Ja, du mich auch. Wie auch immer. Langsam werden sie echt frech. Das ist noch kleiner als die ganzen anderen Briefe. Danke, William, für die neue Uhr. Das war wirklich sehr nett von dir und hat mich zur glücklichsten Karotte gemacht. Nee, make me happy. Und dann steht da. Ich weiß es nicht. Da steht nicht Karotte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Die Bilder! Wer hat die Bilder so verunstaltet? Kellen? Ähm. Wahr. Ich hab echt die Ewigkeiten gebra... Da ist der Puppenkopf hin. Heute gibt's Kopf... Äh, Köpfe. Und ein ganzes Baby. Ja, Köpfe müssen rollen. Und ein ganzes Baby. Bäh! Tür! Das sind die, die wir im Park getroffen haben. Das sind Laura und Don und mein Vater? Jo, das sind Laura und Don. Und bestimmt mein Vater. Ach du Scheiße. Don dead can not him. Es kann nicht er sein. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Du bist die blöde Bratze, die mich vorhin so erschrocken hat. Wieso geh ich jetzt auf Twitch? Wo ist Callum? So ne Suchaktion. Wo ist Callum? Entschuldigung. Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Noch nie hatten so ein Gerät mich einfach erschrocken. Ich hab nur die Schläuche gesehen. Oh. Nein. Nein. Hallo. Hier kommt der Boogie-Mann. Wir töten jetzt nicht unseren eigenen Sohn, ne? Nein, tu es nicht. Nein. 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 Nein.